Das bringt uns die Möglichkeit an, dass wir die Sachen erst dann in den Frauen. Wenn wir es aktivieren wollen, dann müssen wir das hier noch ein bisschen rein. Das müssen wir noch ein bisschen machen. Mit den Kopf drücken und den Kopf drücken. Ja, ich bin jetzt ein bisschen drauf. Genau, jetzt legen wir den Paxan ein, legen wir die Spur. Aber wir finden uns jetzt den politischen Modus und das waren so ein bisschen, das ist ja noch ein bisschen. Wie vorhin schon erwähnt, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, ein Video, ein Video zu machen oder ein Facebook-Video anzuschauen oder manche gerne Aktivitäten vorzunehmen, die normalerweise eine Frage zu machen. Prinzipiell ist man die ganze Zeit eher der Befragung. Das heißt, wenn ich jetzt ein Spurwechsel betreiben möchte oder vergleichbares, dann kann ich da auch einen Lenkrad. Den Lenkrad entsprechend sehen, dass ich mit, dass ich gerne die Kontrolle übernehmen möchte und den dann wieder anwenden. Das können wir auch jetzt einfach hier mal machen. Und ich muss unterhalb einer bestimmten Geschwindigkeitsgrenze reisen. Dankeschön!